Guten Nachmittag. Auf zur Diskussion. Ich sage, Zensur ist gut. Wie komme ich dazu? Ich sage immer, erwerbt Wissen. Ich habe mich mal umgetan, was das Wort Zensur bedeutet. Ich komme aber gleich drauf. Ich hatte ja gestern schon so ein bisschen angekündigt, Kinder und, ich sage jetzt mal, Unbedarfte sind einfach zu verführen. So, das war der Ausgangspunkt. Und ich hatte ja dieses Video hier schon mal angekündigt. Und ich habe es ganz bewusst so genannt. Zensur ist gut. Ich habe das Wort Zensur und Definition eingegeben, die Worte, und sehe dann gleich von zuständiger, besonders staatlicher Stelle angeordnete Kontrolle, Überprüfung von Druckwerken, Filmen, Briefen oder Ähnlichem im Hinblick auf Unerlaubtes oder Unerwünschtes. Nicht gleich in die Tasten hauen. Langsam. Wir wollen erst das Wissen erwerben und dann können wir darüber leichter diskutieren. Zensur nach Wikipedia ist, lateinisch Zensura, ist der Versuch der Kontrolle der Informationen. Durch restriktive Verfahren, in der Regel durch staatliche Stellen, sollen Massenmedien oder persönlicher Informationsverkehr kontrolliert werden, um die Verbreitung unerwünschter oder gesetzeswidriger Inhalte zu unterdrücken und zu verhindern. Das bis dahin. Moment. Zensura. Das ist eine strenge Prüfung bzw. Beurteilung und zugleich das Amt eines Sittenrichters im römischen Staat bezeichnet. Daher kommt der Begriff Zensura. Der ist abgeleitet. Natürlich auch Zensuren, Prüfung, Begutachtung, Kritik, wenn es um Bewertung von Schülern geht. Gut. Nebenbei, das... Hier steht ja noch Schülern. Ja, ja. Die werden es bald ändern. Okay. Das letzte Mal wurde es, glaube ich, im Mai 2022 geändert, dieser Artikel. Na ja gut. Ziele und Begründung von Zensuren. Vor allem Nachrichten. Künstlerische Äußerungen und Meinungsäußerungen sind Gegenstände der Zensur. Die Zensur dehnt dem Ziel, das Geistesleben in religiöser, sittlicher oder politischer Hinsicht zu kontrollieren. Gut, das hatten wir ja eben. Diese Kontrolle wird damit begründet, man wolle oder müsse schutzbedürftige Gesellschaftsgruppen vor der schädlichen Wirkung solcher Inhalte bewahren. Ich komme nochmal ganz schnell auf dieses Wort. Kinder. Ja. Und ich hatte gestern in diesem Video einen Teil einer Sendung angesprochen, wo den Kindern schon, ja, ganz einfach, wo die Kinder verführt werden, zu glauben, dass das alles nicht so schlimm sei. Und letzten Endes, naja. Lassen wir das mal. Sie können ja dann nachgucken, meine Damen und Herren, und sich das alte Video von gestern nochmal anschauen und sich das kurz anhören, beziehungsweise die ganze Sendung dann mal anhören, solange sie noch auffindbar ist. So, sittlich begründet, sittlich und Sitten, Sitten und Gebräuche, das sind nun mal Dinge, die sind überliefert. Sittlich begründet wird eine Zensur zum Beispiel mit dem Schutz Minderjähriger vor Inhalten und Darstellungen, die der seelischen Entwicklung, die deren seelische Entwicklung gefährden. Zum Beispiel Gewalterstellung oder menschenverachtende Formen der Sexualität. Und ich sage es jetzt ganz einfach, ich halte das für menschenverachtend, solche sexuellen Begriffe alle durcheinander zu wirbeln und praktisch ins Nichts, Mann und Frau, gilt nicht mehr, zählt nicht mehr und so weiter, das alles so weit zu verstümmeln, dass die Kinder da wirklich schon dann letzten Endes gar nicht mehr das wissen, was sie wissen sollen. Denn ohne Mann und Frau gibt es keine Nachkommen. Da lässt sich nochmal nichts dran rütteln. Gut, weiter. Und ich halte das für menschenverachtend, so einen Blödsinn zu erzählen. So, von Seiten der von Zensur Betroffenen und, und jetzt kommt's, auch in wissenschaftlichen Untersuchungen, wurde und wird der Vorwurf erhoben, der wahre Beweggrund der Zensur seien der Schutz und der Macht der Halt der sie ausübenden Eliten. Ja, gut. Siehe an, der Artikel ist wirklich zu alt. Das war die Stelle 5. Schauen wir mal dahin. Hier, Ola Otto, die Zensur als Problem der Soziologie, der Politik. Gut, naja. Gucken wir mal. Hier, 7. Mai, 22, 3.16 Uhr bearbeitet. Also das ist, ja, das ist schon gar nicht mehr zeitgemäß. Entspricht nicht dem Zeitgeist, wie man so schön heute sagt. So, meine Damen und Herren, ich bin damit am Ende. Lassen Sie uns diskutieren darüber, ob Zensur nun wirklich gut ist oder nicht. Und ich halte sie für gut, wenn sie nicht missbraucht wird. So könnte man's. Von meiner Seite. Sage ich's von meiner Seite. Nicht könnte, könnte ist Quatsch. Ich sag's so. Zensur ist dann gut, wenn sie dem eigentlichen Zweck dient. Der eigentliche Zweck, vor schädlichen Wirkungen solcher Inhalte zu bewahren. Aber, trotz alledem, lassen Sie uns diskutieren, in welchen Formen und Varianten Zensur eben gut ist. Vielleicht hilft uns das allen, denn wir sammeln Wissen. Ich hab das ganz bewusst zum Nachtrag gemacht. Denn, machen wir uns nichts vor, Ungebildete glauben alles. Und wenn man denen was vorsetzt, egal was, und das laut genug macht, dann glauben die das. Und damit haben wir das ja. Na ja, gut. So, jetzt müssten die Links erschienen sein. Und ich wünsche alles Gute. Bis zum nächsten Video. Tschüss, tschüss.